Das kleine Fahrzeug Buddhismus in Indien, Sri Lanka, Hinterindien und Südostasien 1. Die frühe Vielfalt des Buddhismus Entwicklung von Schulen Was für den Eingeweihten, der sich einem Lehrer oder einer Lehre bereits angeschlossen und damit abgefunden hat, dass es neben seinem Buddhismus noch andere Lehrtraditionen gibt, kein Problem darstellt, ist für jeden Allgemeininteressierten durchaus problematisch, nämlich die bereits mehrfach angesprochene Vielfalt des Buddhismus. Die wichtigsten Unterscheidungen sind die zwischen dem älteren und dem späteren Buddhismus sowie die Gegenüberstellung von kleinem Fahrzeug und großem Fahrzeug. Die Bezeichnung des kleinen Fahrzeugs erklärt sich zwar zunächst aus einer Haltung der Überheblichkeit der Vertreter des großen Fahrzeugs, hat aber einen realen Grund in der engen Verbundenheit mit der frühesten indischen Überlieferung. Denn von Indien, wo die buddhistische Lehre ihren Ursprung hatte, und wo es nur eine wirklich große Glanzzeit des Buddhismus gab, nämlich die Zeit der Maurya-Dynastie 321 bis 185 v. Chr., von Indien also nahm die Verbreitung der Lehre ihren Ausgang, gelangte in angrenzende Länder und erlebte in der als Mahayana bezeichneten Ausprägung lang andauernde Erfolge. Doch blieb die indische Kultur die Wiege des Buddhismus. Von dort leiten sich letztlich alle religiösen Strömungen des Buddhismus her und dort suchten noch Jahrhunderte später Buddhisten aus aller Welt die Ursprünge ihrer Lehre und erhellende Textüberlieferungen hierzu zu erlangen. Pilger aus allen Gegenden Asiens besuchten die heiligen Städten des Buddhismus in Indien und verbreiteten die Lehre in alle Richtungen. Auch Angehörige der nach Indien einfallenden Fremdenvölker übernahmen den Buddhismus, Parter, Sküten, Griechen. Darunter soll sich auch der buddhistischen Überlieferung zufolge der griechische König Menandros um 150 v. Chr. befunden haben. Hier, etwa bei dem Sküten, folgt der Shakas und bei den Yuezhi, welche sich dem Buddhismus anschlossen, sind auch die Anfänge des Buddhismus in Zentralasien zu sehen. Während der von den Yuezhi geprägten sogenannten Kushana-Periode, ca. 50 bis 320 n. Chr., beeinflussten die Schulen von Gandhara und von Mathura den indischen Buddhismus sehr stark und insbesondere die buddhistische Kunst, namentlich die Plastik, die von dort her einen Siegeszug nach Ostasien antrat. Es war bereits in jener Zeit, aus der wir nur spärliche schriftliche Überlieferung haben, dass sich der Buddhismus aufspaltete in unterschiedliche, zum Teil einander widerstreitende Schulen und Lehrtraditionen. Daher ist die Grundlage der Überlieferung der späte und bis heute so großen Vielfalt oft nicht mehr zu überprüfen. Trotz heftigster Rivalitäten und Richtungsstreitigkeiten, wie sie ja bereits die ersten Konzilien prägten, beruht jedoch die Einheit des Buddhismus in der Anerkennung des wie auch immer gedeuteten historischen Buddha als Gründergestalt. Neben der großen Unterscheidung zwischen Hinayana und Mahayana gibt es weitere Differenzierungen. Im Hinayana unterscheidet die Überlieferung zumeist 18 verschiedene Richtungen, von denen allerdings nur etwa sechs größere Bedeutung erlangten, von denen die Theravadins, die Mahasamgikas und die Savastivadins wiederum die wichtigsten sind. Als das erste große Schisma gilt die Entzweihung der Theravadins und der Mahasamgikas, die sich aber erst im dritten Jahrhundert vor Christus ausprägte und die in ihrer Begründung, wie alle späteren Unterscheidungen, auf die Lehre Buddhas selbst zurückgeführt wird und wohl auch tatsächlich in der Widersprüchlichkeit der ursprünglichen Lehre begründet war. Hintergrund war eine unterschiedlich strenge Auslegung der Lehre und der Grad der Betonung des Mönchsweges, die nach ihrem Selbstverständnis besonders strenge Theravada-Richtung wurde in den zwei vorchristlichen Jahrhunderten in Südindien und in Sri Lanka zur vorherrschenden Lehre. Diese Richtung wurde innerhalb des Hinayana zur stärksten Kraft und bestimmt heute noch die religiösen Traditionen in Sri Lanka, Myanmar, Burma, Thailand, Laos und Kambodscha. Der bedeutendste Lehrer dieser Richtung war Buddha Gosar, ein Brahmane, der sich nach seiner Bekehrung zu Beginn des 5. Jahrhunderts nach Christus in das damalige Zentrum buddhistischer Gelehrsamkeit, das Kloster Mahavihara in Anarutapara auf Sri Lanka begab, wo er einen großen Teil des Palitripitaka kommentierte und sein wichtigstes Werk, den Visu di Maga, Weg der vollständigen Reinheit, verfasste. Von der Theravada-Richtung leiteten sich weitere Schulen ab, die Savastivadins, die Vipajjavadins, die Mahishasakas und die Dhamaguptakas. Von diesen erlangten die Savastivadins die größte Bedeutung, die neben dem Theravada auch die größte Textüberlieferung der hinayanistischen Schulen etablierten. Vasubandu verdanken wir die großen Synthesen aus den Kommentaren dieser Schule, namentlich den Abhidama Kosa. Die Savastivadins gingen, wie ihre Bezeichnung schon sagt, die Lehre von der Existenz aller Dinge, von der gleichzeitigen Existenz aller Dharmas auf allen drei Zeitstufen aus, während die zusammengesetzten Wirklichkeiten vorübergehenden Charakters seien. Die andere Schule, die bereits erwähnten Mahasamgikas, gab in den Jahrhunderten um Christi Geburt die stärksten Impulse zu Veränderungen. Sie deutete Buddha eigentlich erst zu einem außerirdischen Wesen um und gab auf diese Weise der Verehrung einen höheren Stellenwert als der Askese und öffnete so den Buddhismus erst den religiösen Bedürfnissen größerer Massen. Diese Schule mit ihrer zentralen Schrift Mahavastu, wörtlich die große Sache, die Teile enthält, welche zu den ältesten buddhistischen Texten überhaupt zählen, entwickelte zugleich das Konzept der Lehre weiter, das zu einem der zentralen Elemente der Mahayana-Tradition werden sollte, wie sie von dem bedeutenden Lehrer Nagarjuna rational begründet und argumentativ abgesichert wurde. Somit ging die Lehre der Mahasamgikas in wesentlichen Teilen in dem Mahayana auf. Bevor von dem Eindringen und der Übernahme des Buddhismus in einzelnen Ländern die Rede sein kann, muss also von der Aufspaltung der Lehre in Indien selbst gesprochen werden, wozu auch die Entstehung des großen Fahrzeugs des Mahayana gehört. Bei einer der Sondergruppen, die sich durch eine eigenständige Weiterentwicklung des Beichtformulars auszeichneten, den bereits erwähnten sogenannten Mahasamgikas, kamen offenbar die später im Mahayana wichtigen Vorstellungen von Buddhas und Bodhisattvas auf. Erwähnt sei an dieser Stelle auch die Unterscheidung in einen nördlichen und einen südlichen Buddhismus. Damit sind die sich auf Texte in Sanskrit, buddhistischem Sanskrit und Gandhari beziehende Tradition einerseits und die sich auf die Palitextüberlieferung beziehende Tradition andererseits gemeint, keineswegs aber eine Gegenüberstellung von Hinayana und Mahayana, denn diese Richtungen sind beide in den nördlichen wie in den südlichen Überlieferungen repräsentiert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017